Ich hab die ärgste Schlaflosigkeit in letzter Zeit. Auch in New York? Ja, ich dachte zuerst, das war das Jetlag, aber es dauert schon so lange. Keine Ahnung. Kannst du es? Ähm, so ein bisschen. Hab ich verstanden. Hey, du kannst das ja. Ich glaub, heute ist Vollmond. Echt? Der Erntemond. Erntemond. Oder ich glaub, das heißt so. Es ist jedenfalls der Vollmond, der am nächsten bei Herbstbeginn ist. Also bei der Tag- und Nachtgleiche. Ja, die Tage werden eh schon voll kurz. Und dann hab ich ihr ihren Milchkaffee gebracht und in den Kinderwagen geguckt und gesehen, dass ihr Baby eine Puppe ist. Dann hat sie die Puppe rausgeholt und behandelt wie ein echtes Baby. Und ich wusste freudig, was ich machen soll. Und dann hab ich gefragt, ähm, wie alt ist denn das Kind? Und dann meinte sie in neun Monaten. Und dass sie jetzt gerade abstimmt. Ich hab das mit geborgen. Ich hab's nicht gesagt, ne? Ich hab das mit geborgen. Ich hab das mit geborgen. Das war voll schön. Du bist mit geborgen. Vielen Dank.